liebe zuseherinnen liebe zuseher das mit der action cam hat nicht so richtig funktioniert ich vermute dass der akku leer war weil er war wie ich weggefahren war schon schwach und durch die kälte dürfte wahrscheinlich ein bisschen kollabiert sein aber gar kein problem das sind alles erfahrungswerte gehört dazu ich befinde mich hier vom gießhübel kommend also das sind diese serpentinen und ich fahre dann hier hinauf weiter in richtung seewiese hallo fahre dann weiter in richtung seewiese und wer dann über kalten leute geben wieder zurückfahren also ein traumhaft schönes wetter schade dass halt die action cam nicht funktioniert hat aber so ist das eben ende